Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Solltest du auch mal Call of Duty Black Ops 4 spielen wollen, ist hier deine Chance. Hinterlasse einfach einen Kommentar zum Video und markiere gerne jemanden, der es mindestens genauso lustig finden würde wie du. Der Gewinner einer Standard Edition Call of Duty Black Ops 4 wird am Montag, den 22. Oktober, auf unserer Facebook-Seite bekannt gegeben. Wir wünschen euch viel Glück, euer ELC Gaming Team.